Hey, da bist du ja wieder. Willkommen zu meinem nächsten ASMR. Und zwar warst du ja dabei wahrscheinlich bei meinem Livestream, wo ich geradet wurde, von Kenny K. ASMR. Dann möchte ich noch einmal Danke sagen. Neben Kenny möchte ich mich auch noch bei allen neuen Abonnenten und für jeden einzelnen Daumen nach oben bedanken. Das hat meine Erwartungen gesprengt. Ich wollte eigentlich dieses Jahr die 100 Abonnenten erreichen. Und guck mal, wo ich jetzt bin. Also das ist unglaublich. Vielen, vielen Dank. Also ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ihr habt ja meine Reaktion miterlebt. Das war echt heftig. Danke nochmal. Vielen Dank. Wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, ist dieses Video gerade nicht in Stereo. Das hat nämlich einen Grund. Und zwar möchte ich diese Sandgeräusche noch einmal extra für ein ASMR-Video aufnehmen. Weil ich finde, im Livestream sind die ein bisschen untergegangen. Und deswegen werde ich das jetzt einfach ein bisschen zusammenschneiden. Such dir eine bequeme Position. Setz deine Kopfhörer auf. Schließe die Augen. und entspann dich. Und entspann dich. Diese Seite ist ein bisschen zusammensch 13 ein bisschenived ist. Hier wurde ich noch mal wieder viel mit 0designalock. Durch die Augen. Die Bedeutung ist sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020